ja hallo ihr lieben ich dachte mir auch wenn es heute noch donnerstag abend ist und ich morgen früh raus muss eine folge nehme ich noch auf und dann geht es wirklich in die heier morgen ist ja zum glück und endlich wochenende was freue ich mich 17 30 keine sekunde länger nicht eine sekunde einfach wochenende ja gerade ist ja halt auch so also ich sag mal so meine wochenende bestehen wochenenden bestehen aktuell meistens nach hey eher aus zocken als aus irgendwas anderes aufgrund der situation die ich jetzt hier nicht noch mal erwähnen muss sag mal jungs geht es noch zum beispiel wäre es jetzt nur mein bruder am wochenende hauer feiert sein 20 jährigen hochzeitstag wohl auch in kleinen kreise allerdings habe ich für mich beschlossen da nicht hin zu gehen das tut mir auch leid für meinen bruder aber ich möchte eigentlich an sich gerade so wenig als möglich unter leute vor allem leute die ich kenne klar auf der arbeit lässt sich nicht vermeiden ey von gestern auf heute waren 6000 neue menschen die infiziert sind und das kommt ja nicht von irgendwo her und wir gehen jetzt hier in dieser frage rein mal kalt da ist geplinkert ich hab's gesehen wir gehen hier einfach mal ein ich glaube hier sind wir auch richtig kill all monsters ja genau das war die nummer dann haben wir die erste festgleich mit erledigt ja ja wer schreit mich da an du hey komm her das machen wir mal nicht ja war zwar das ding jetzt oh kommt auch schon wieder einer ich bin das weiße zeus jetzt nicht mehr mit sonst bin ich schon wieder nur noch haben ich noch nicht anbauten und gar kein bock drauf muss ich echt nicht haben hey freunde hat es da nicht geklingelt irgendwo da habe ich mir das eingebildet bin mir nicht sicher ich dachte ich hätte da was gesehen so 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 wir können hier punkte vergeben다고 werden magier machen intelligenz und das hier müsst ihr uns eigentlich auszusetzen geben aber bonus hält ja auf jeden fall ja ein auf einhält ist ja auch wichtig allerdings könnte ich mehr mehr geht nicht was haben wir denn hier eine kleine gesellschaft könnte nicht werden was haben wir hier frozen armor auch nice bros nova hatte ach du hast es nicht every enemy in us okay was macht er denn main and damage und feuer damit wir machen jetzt erst mal hier und noch mal zwei hier rein wer weiß wofür es gut ist weiter hier ist nichts weiter verstecken gibt es nicht alle freunde ein traum habe ich mir schon immer gewünscht was schöneres gibt es gar nicht blatt man da wollen wir nicht hin dann gehen wir einfach mal hoch alle freunde da sind auch noch freunde schnauze was soll denn blau kann man hier schon mitnehmen weiß möchte jetzt jeden scheiß einpacken echt nicht stopp da kommen auch noch freunde von uns anmarschiert ja nur sagen wollen freundlichst und herz allerliebsten begrüßen möchten finde ich okay aber hi der musik sound hätte es im kurzen moment sein als dann irgendwas sie gesorgt zum glück nicht müsste ich mich eigentlich auch daran erinnern wenn es so gewesen wäre ja hei Freunde ich hab da mal ein Glitzkuss für euch das war der 16 von 520 da ist der Glitzkuss by the way ja okay schon gut na na hallüttchen oh da ist boss dabei er dürfte aber auch relativ schnell geschickt sein sein na hau ab kann ich hier mal ein bisschen einsammeln na 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 eh da war doch was haye na 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 Ah, ich bin zufrieden. Ach, Jons, ich bin zufrieden. So. so dass es müsste der dezenter sache ja 25 von 25 dann sind wir einmal durch dann können wir auch wieder weg beziehungsweise können uns eigentlich porten würde ich sagen das tun wir jetzt macht ja sinn bevor er jetzt noch mal ganz zurück rennen so hallo wir haben das dann aufgeräumt ein skill point ein devotion point tonic of reshapening und tonic clarity hier müssen wir einen punkt bekommen haben die wir einfach mal gerade aussetzen hier so und ein devotion point da weiß ich aber noch nicht was ich machen will deshalb lasse ich das mal strenges bringt immer aber intelligence ist nice amor auf jeden fall mehr sagt dass wir magic of hand braucht mehr intelligenz die wir noch nicht haben wir alles nicht so prickelt ab 18 aber strenges aber und die fans kann man eben ja aber sonst ist das alles nicht so prickelt dann nehmen wir die auch noch mal hier an ich glaube den rest können wir eigentlich mal so das war alles aber erst mal gehen wir verkaufen und das ist die folge nämlich auch schon wieder zu ende das geht ja mal schneller als man denkt das war alles aber erst mal gehen wir verkaufen und das ist die folge nämlich auch wieder zu ende das geht ja mal schneller als man denkt die folge ist noch nicht zu ende wenn ich wirklich look for blood raven in the burial grounds next to the coal planes ja wir gehen jetzt noch ein paar minuten einfach schnetzen so eine zehn-minuten-folge ist ja auch nichts wir schätzen jetzt auch einfach ein bisschen durch die gegend erkunden das ganze hier ein bisschen erkundung gehört ja dazu ich muss mir auch immer anhören du erkundest nicht genug nein mal anhören das ist das falsche wort ich habe ja ich über sie ja für die dinge das mittel ist bewusst aber kein weltuntergang für mich also speziell für mich halt die maschine immer so ein bisschen rum und da habe ich schon mal in zwei folgen drinnen zwei folgen haben müssen wir besser als nicht haben hallo freunde so schön hallo okay weißes zeug Okay, tschüss! Fahr schneller. Das war ja die Dan, ne genau, die Dan of Evil. Die brauchen wir uns ja nicht mehr zu kümmern. Da hinten vielleicht noch irgendwas. Die Folge dann im Kasten habe, ist auch für heute Abend echt Feierabend, bevor ich morgen früh am Stock gehe. Das brauche ich denn ja auch nicht zu finden. Ich muss sagen, die Woche ist echt so ein bisschen in die Knochen gegangen. Ich kann nicht mal sagen, warum. Ob das vielleicht daran liegt, dass es jetzt schon wieder früh dunkel wird. Irgendwann demnächst wird ja auch wieder die Uhr umgestellt, wo ich dann auch schon wieder die Krise kriege. Rude, denn morgens in aller Dunkelheit ist es stockfinster. Wenn du zur Arbeit fährst, wenn du zurückkommst, ist es genau dasselbe. Dazu wird es dann gerade auch noch kühl. Ach komm, ich mache ein bisschen Mimimi. Kann man ja mal machen, finde ich. So, gut ihr Lieben, aber für heute soll es das gewesen sein. Die 15 Minuten haben wir dann doch noch fast geschafft. Wollt euch jetzt ja nicht so mit 10 Minuten oder 9 Minuten abspeisen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für Ihr Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!